An die beiden Grünen-Vertreter rechnen Sie damit, dass die deutsche Autoindustrie mit dem Parteispenden an die Grünen aufhören wird? Sozusagen als Belohnung für diesen Untersuchungsausschuss. Die Konzerne und RWE Das halten wir von der Grundausrichtung für fehlerhaft und das Nichthandeln der Behörden, das Nichtkontrollieren, das Mauscheln und Vertuschen hat zu dieser Grundhaltung beigetragen und das wollen wir aufklären. Wir wollen wissen, was haben die Behörden gemacht und was haben die Behörden nicht gemacht. Was haben sie gewusst und was haben sie nicht gewusst? Herr Jung. An die beiden Grünen-Vertreter rechnen Sie damit, dass die deutsche Autoindustrie mit dem Parteispenden an die Grünen aufhören wird? Sozusagen als Belohnung für diesen Untersuchungsausschuss. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe nicht im Überblick, ob wir in großem Maße Parteispenden von der Autoindustrie erhalten. Also da müsste ich mich erstmal neugierig kundig machen, aber ein größerer Fall ist mir nicht bekannt. Ist Ihnen denn ein Fall bekannt, wenn Sie so nachfragen? Ich glaube schon. Ich könnte ja mal nachgucken. Aber ich glaube, nur die Linken bekommen keine Spenden von der Autoindustrie. Vielleicht kriegen wir ja jetzt welche, weil wir aufklären. Das wäre doch eine sehr gute Maßnahme, wenn endlich aufgeklärt wird, dass Grüne und Linke dann jetzt im Verteiler drin sind. Weil wenn man so hilft, der Autoindustrie die Gesetze einzuhalten, finde ich, wäre das. Vielleicht können Sie das mal anregen. Aber wie gesagt, da Sie sehen, dass ich noch nicht einmal den Bericht kenne, haben wir uns noch nicht einmal eine Sekunde Gedanken gemacht über diesen Zusammenhang.